das lustige ist ja heute ist die hsv heute haben wir so eine uhr seit wann sie in der bundesliga spielen die heute ausgefallen also das ist schon mal ein schlechtes oben für die hallo hallo sie auch ganz lustig finden das ist glaube keine ist keine satire gewesen dass die army im zuge von irgendeinem projekt für eine zombie apokalypse geübt hat keine ahnung so richtig unnötig irgendwie ich meine dass eine zombie apokalypse ist so gut wie ja nicht möglich das ist ja ich denke das wird es niemals okay ich will es nicht sagen aber morgen war ich auch so läuft er mir vorbei ich bin hauptschule ich darf das mal ich darf das hauptschule das ist auch immer also mein lehrer hat immer zu uns gesagt wir sollen uns nicht also es gibt da immer diese typische hauptschüler dies richtig du sagst ja das ist ein hauptschüler solche dinge und das das unsere lehrer immer uns versucht zu sagen dass wir nicht so sein sollen dass wir immer gucken sollen dass wir ganz einfach ja nicht so so sein sollen wie das ist und das hat glaubt auch relativ gut funktioniert ich fand es auch immer relativ geil dass sonst das dann halt immer so ein bisschen eingeprägt hat und so immer nicht gesagt hat jeder scheiß hauptschule und so können ja eh nix und so und keine ahnung mein alter mathelehrer hat immer gesagt brot kann ja wenigstens schimmeln aber ihr könnt gar nicht so lehrer kenne ich auch mal ein vertretungslehrer so ein alter da ist jetzt auch glaube ich das war so geil da hatten so eine in der klasse die war übel so gattig die war so 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 rollig und protzig und was weiß ich immer so so jeden an motzen müssen und so mein lehrer oder der vertretungslehrer hat immer richtig runter laufen lassen so richtig krass die übel beleidigt zu ihr gesagt deine hauhr sehen aus wie alke soll sie gerade grün färben lassen das war richtig geil dass sie vielleicht nicht auf uns sehen ja ja manche lehrer haben es schon drauf das auf jeden fall oder what the fuck wie bin ich jetzt hier hergekommen achte hoch bin ich runtergefahren ich habe gerade das fliege runter Bei uns, ja die Tage eben in der Schule, da hatten wir Wirtschaftskunde und dann ging es halt darum, was wichtig ist auf der Arbeit und hier Rechte und Pflichten von Arbeitern und vom Betrieb und was weiß ich. Und da war auch irgendwie dabei, gutes Arbeitsklima, also nicht irgendwie die Leute runter machen und was weiß ich was und so, was Mobbing gehört voll dazu, Mobbing ist die Arbeit nicht so toll und dann war es ganz kurz ruhig und ich sag so, ja neun von zehn Kindern finden Mobbing okay, gell. Auf einmal, also es ist ganz ruhig, gell, mein Lehrer fängt an zu lachen, gell, und dann fängt auf einmal die Klasse an zu lachen, gell, zu geil. Nein, hallo Matze. Hallo Biddy. Ah, geh ins Wasser wieder. Ach, hast mich nicht getroffen, ne? Nee, da bist du noch mein Gewicht hier. Ja. Boah, wir haben gerade in Rallye, Sekten und so ein, und heute hat einer so einen Vortrag über Salentologen, Kalten, Alter, diese, ohne Witz, wer da beitritt, der muss ja am Ende sein, irgendwie, der muss ja, ganz ehrlich, was dir da labern, was du vor allem zahlst, da, du kannst ja solche Kurse und so belegen, solche, solche Sprechstunden, nenne ich es jetzt mal, wo du dann hier mit den Leuten redest, über ein Buch oder deine Probleme oder so, so eine Sprechstunde, die geht an zwölfeinhalb Stunden oder so, und du zahlst für die 3000 Euro. Nicht klar. Und in Deutschland ist es dann noch so, dass du da noch dann praktisch Steuern draufzahlen musst. Das ist so richtig krass. Das ist, das ist einfach, ganz ehrlich, wer zahlt 3000 Euro, nur, dass er sich von irgendeinem Sprechstunde hier, ja, hier, belabern lässt. Okay, wer draufsteht, ne, ist ja jedem selber. Ja. Aber ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das mit den Steuern, das ist so richtig deutsch, irgendwie. Überall müssen Steuern drauf sein. Na ja, ich glaube, über die deutsche Regierung und so braucht man sich ja nicht unterhalten, das ist... Äh, brauchen wir nix mehr sagen. Brauchen wir nix mehr sagen. Ja. Ja, EU-Wahl steht ja auch wieder an. Oh, toll. Ja, das ist gar nicht mehr auch gerade eben passiert. Ja, EU-Wahl. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Hier, Martin Schulz, ne? Ja, Martin Schulz, auf jeden Fall, wird gewählt. Ja. Ist klar. Nee, ganz ehrlich, ich weiß eh, wen ich wählen soll. Das ist, keine Ahnung. Ich finde auch immer noch, dass man dieses Wahlalter auf 21 setzen sollte oder müsste eigentlich wieder. Weil, ganz... Matze. Was bringt's? Ich hab jetzt genauso viel Ahnung wie vor vier Jahren. Ja, klar, aber ich denke einfach, die Einstellung... Keine Ahnung. Ich denke, die Einstellung ist ein bisschen anders. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber wenn man was so liest auf Facebook, so Kommentare und irgendwelche Posts zu dem, da denke ich mir dann auch, Alter. Ich meine, manche meinen ja, sie gehen nicht wählen, so eine Scheiße muss man nicht wählen und was weiß ich. Aber ich finde, das ist falsch, man wählt einfach das kleinste Übel. Also, so sehe ich's. Ja, das ist auch so. Und ich meine, in manchen Ländern würde, werden dafür Leute umgebracht, was man wählen kann. Und wir, ne, ich gehe nicht wählen, das ist alles scheiße. Und das wären dann auch für die, das sind dann die, wo dann nachher Trumpflen, wer dann am Ende gewählt worden ist. Das sind dann die Ersten, die dann sagen, ja, wer hat die gewählt? Und dann... Äh, wer hat die gewählt? Ja. Dann flankt man genauso drüber. Ja, aber du kannst sagen, du warst spielen, du hast für eine gewählt. Ja, aber nicht für die. Das ist ein Traum. Ja, ich meine gerade, ich meine, jetzt zum Beispiel die Partei AfD. Heißt die AfD? Ja, ich glaube. Diese Alternativ, äh, ja, diese Alternativpartei für Deutschland oder AfD, glaube ich. Wollen, weil man von mit F schreibt. Ja. Wegen Affen von Deutschland. Ja. Ich meine, die haben, die, die haben schon gute Ansätze, aber ich weiß, ich glaube, wenn mal, wenn die drankommen würden oder so, dann hätten die einfach kein Konzept richtig für irgendwas. Ja. Deswegen, ich weiß nicht. Die haben zwar wirklich gute Einfälle und so, und dann ja, ich stimme auch manchen Wahlplakaten da ziemlich zu, dass man lieber mal wirklich im eigenen Land guckt, bevor man hier irgendwelche Rettungspaktete da...